hallo hallo zu einer neuen folge genau wir waren jetzt hier bei dieser insel da war so nichts mehr haben das ganze eis uns geholt und kurz schlafen vielleicht ja ich bin hier unten also ich habe richtig hunger geht es noch zum glück so dass da darin doch sieht das schön aus palme kommt hier rein der kopf kommt hier rein dass die muschel kommt hier rein habe ich jetzt noch kupfer dann hoch mit mir meinen antwort können wir ihren anker licht und genau eben diese koordinaten wieder eingeben damit wir zu großen insel kommen so also ich glaube eisenproblem haben wir erstmal keins mehr ja doch also ich habe jetzt ja wir kommen dann bei 22 eisenbahnen raus aus was 22 ich habe aber auch noch welche ja geil oder dann passt doch erstmal glaube ich da keine probleme glaube ich zumindest soll ich noch welche warte kurz hä wo sind die also du schluss gleich einschmelzen oder was ja ja ich bin gerade bei so was gerade kiste ich bin gerade oder machst du gerade ich habe nur die band gesetzt damit ich kist machen kann aber dann irgendwann mal kam dann die insel und dann eben war halt gut passt dann kümmere ich mich jetzt um zwei kisten einfach mal ja deswegen habe ich habe ich die wand gesetzt wunderbar ich habe mal ein paar rüben auf den grill ja du musst es hören ach hallo ich habe es nicht ja und 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 ich und 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 sound das geben wir auch ein bisschen auf den keks das muss sich ändern so eine blanke so wir haben jetzt geplant für die rüben hier extra was rein zu haben oder 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 wollen wir in der oberen kiste einfach alles rohe reintun also rohe rote bete rohe kartoffeln und unten das gekochte oder wollen wir wirklich in einer krist das könnte man auch machen weil dann wäre es vielleicht dazu umständlich natürlich die gekochten sagen da wieder rein natürlich auch die rohnen sachen rein natürlich hier auch die schale genau das ist da unten jetzt drin nichts das gekochte eigentlich ganz okay und oben ist es hohe also hohes fleisch und weiß kann man auch immer effektiv mal bis und der kiste kann man fisch rein tun eigentlich ja genau fisch 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 weil er kam jetzt auch endlich mal wieder anfangen hier bist du und zu pflanzen fisch 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 wo das rohe hier was soll es probieren springt klaus aber wie weit die stelle in das noch zwei jährlich ne und die zwei hier ja aber also zwei dinge kommt da kann man wenigstens irgendwie tränen oder sowas dass man ihn da vielleicht auch herstellt aber er hat nur kurz ne also und das war's benötigt wasser was ja ich weiß nicht ob es das jetzt so bringt irgendwie das ist ein bisschen ich weiß ja nicht ne oh gottes und ich bin einfach ja also solange man das ding nicht drehen kann den springer ist ja ziemlich schön ja ein bisschen blöd finde ich war auch sparen können ja das springt das ist jetzt nicht so das wahre ding weil du musst es trotzdem extrem ach da guck her schauen wir hier auf der seite an dem ding das heißt also wenn ich das da hinstellen so war jetzt was drin ist jetzt warten wir bis die wir fertig gewachsen sind ach so das soll nicht darstellen dass man es in decke hängen kann so quadrate ich glaube dass das der springt und ich glaube das sind die flächen die er erwischt also neben ihm und dann die reihe davor und dann die weitere reihe zu zwei rein nach vorne und eins nach links und rechts also wenn ich den hier rein stellen müsste des des gespringelt werden die drei die zwei also eigentlich müsste das dann funktionieren ja ich glaube fail was dieser radio tower da waren wir ja schon schon mal da wo wir jetzt gerade hin gefahren das haben wir per zufall glaube ich schon gerade gefunden ach so und ich dachte da haben wir das gefunden wie ist die andere nummer gewesen ja das wäre eine andere nummer dann tun wir die andere nummer jetzt rein ach gut Alter dann macht richtig viel kaputt gerade dieser scheiß äh 4 9 2 9 achst du gerade einstellen 4 9 2 warte ich doch gleich mal die neue batterie kraften und wie funktioniert das jetzt sind wieder blaue punkt oder ne 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 wir sind in der mitte was wir sind in der mitte und zum blauen punkt müssen wir jetzt heißt also wir müssen jetzt wieder in die glückensätze richtung ah ok ich mach mal aus ne klappt das ist das bild des bonden ich weiß nicht ja aber da war man schon drauf also und dann haben wir hier wieder federn ich weiß nie woher ich die ganzen federn bekomme ich checks einfach nicht so ja wenn du die möwen killst ich muss kurz überlegen ich wollte mir noch so eine flasche kraften zum tauchen dann grundstoff und viermal der scheiß ach sorry wie ging das denn hier ich trofälen schild genau wenn du was aufbrauchst du musst du das wieder neu reinhauen ne weil hab ich gerade nichts im clipper gebraucht und jetzt hast du das irgendwie ach so ja so ist jetzt nicht so schlimm ich nehme es dir nicht so übel aber vielleicht schaust du beim nächsten mal schon drauf was die aaf Remote ən aaf und aaf ich muss das jetzt mal entfernen weil wenn ich da den sprenglern hinter dann können seien da muss ich jetzt mal umbauen das ding muss dahin dann muss das da kommt das schild noch in diese sonstige dieses haustoff verbraucht sich doch sehr schnell muss ich ja die ist wenn du gerade dabei ist meinst du könntest mir so eine kraften weil irgendwie will ich das ganze machen aber irgendwie komme ich nicht dazu achte brennen leere flosche und stoff salat ich sehe doch wieder so angegriffen scheiss kunststoff und klippezeug oh man braucht ganz schön viel zeug von diesem krass hoch so dann habe ich die batterie da auch wieder rein platziere batterie benötigt wasser das kann ich ihm auch geben scheiße jetzt gebe ich ihm das komplette wasser jetzt habe ich durst das ist jetzt du bist so ein pisser holy moody hab ich ein glück dass ich gerade was noch getrunken habe ich war gerade am verduschen und der typ der ganz schön ansonsten kannst du auch von der wassenmelone essen so das macht mir äh nicht durstig geil wärst du mal wie die anzünden könnte aber nö kann ich nicht ach die vogelscheche machst du kaputt die sammelst du gar nicht ein ja oh well 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 what the fuck ich war noch gar nicht so weit muss das sein aber bis jetzt bis sie es anhört ja erwischt alles geilo scheißos nice was sind das für eine insel die sieht ja merkwürdig aus da waren wir doch schon obwohl ne da waren wir nicht der baum steht noch da waren wir nicht drauf hm 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 ja aber die frage ist äh wenn jetzt so ein riesen dinge sind steht ich wieder benötigt wasser die fünf mal sprühen da die er macht ja ja aber die ist doch schon nass das heißt es reicht ja eigentlich wenn er einmal kurz so macht ja ach das ist eine anzeige wie fall das wasser ist ah ok ich verstehe ja 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 das war wieder bisschen schrott und sowas muss man halt zerstören ja dann müssen wir wahrscheinlich machen anker weil das sind drei fässer drin ja ich weiß ich will es auch gar nicht aus dem weil ich dann voll sind richtig voll ey holy moly jetzt habe ich hunger es ist dann blöde ernst daheim in unserem floß drin ja wir haben eine gewisse verbundenheit mit dem er gehört schon zu familie und erst mal dieses schritt hinholen ich habe dich doch gehört diesen flachen gewässer ist ja jetzt setzt nicht probieren ja als rede eine runde und währenddessen ich bin gerade beschäftigt mit dem heil du kannst also gerne ja nehmen geht es auch nicht mehr so gut dass ich hoffe dass wir das also jetzt brauchen wir auch wieder ein bisschen sand und so ne also ton und assistan vor allem echt was so als klasse das gemacht oder ja klar durch die ganze zeit einschmelzen aber ich habe mal ein bisschen weil ich getrocknete ziegel gemacht hatte für was denn eigentlich war ich vielleicht noch ein zwei öfen haben will weil es nicht immer nur die zwei öfen die dauern so lange naja passt ist das alles was du traf hast du mal die gehalt oder es wieder das warum auch mal wieder ein bisschen was seetang dann nehme ich auch mal wieder was mit er ist tot super ich kann schon irgendwas nicht auf aber ich muss jetzt trotzdem kurz aufs los und erst dann oft formtou gehen aber ich finde wirklich sehr wenig gerade ok was war das hier ist das eisen oder kupfer es ist kupfer das sieht aus wie eisen was haben wir noch da gelo mato einen stein brauche ich nicht so wenn ich mal so ein kugelfisch wäre eigentlich mal wieder ganz geil aber braucht man so eine große insel anders kriegen wir das nicht aber da muss ich das wird noch schwer ich glaube das ist ähnlich wie mit dem hai wahrscheinlich dann genau im richtigen moment und das doofe ist halt nur dass der sich dann selbst zerstört wenn der wenn du es nicht hinbekommen ist das sehe ich doch metallerz so wieder ein metallerz sind ein bisschen schrott steine brauche ich nicht steine sind sowas von 1900 so da haben wir ein bisschen kupfer noch mal das doch mehr kupfer also mit kupfer haben wäre ich gar keine probleme ne aber ist glaube ich ganz gut schauen ob hier irgendwas ist das sollten sind noch schatten da brauche ich nicht hin geht brauche ich nicht nehm ich doch dieses schrott noch mit und dann war der heil ist wieder da ich wollte in dem moment kraft sein helfen muss man wieder bis auf so ich glaube ich habe alles was ich wollte oh gott ich werde mich jetzt mal überfüllen ich sammle alles ein was sie so sammle alles ein was in den fangnetzen drin ist und ordne das mal ein so fang mal da an das kommt da an das kommt da an das kommt da an da unten haben wir kunststoff 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 dann haben wir hier federn habe ich gar keine ich glaube wir können uns mal wieder ausbreiten weil das mit dem floß weil wir recht viel holz jetzt ja ja da kann ich wieder bis du bist wie bis ich da bin es ist wieder nein ich bin doch nicht so ist halb du fressen kann eigentlich den anker wieder lichten eigentlich schon ja der hat haufenweise zeug von uns gefressen habe ich so gefressen ich weiß auch nicht warum ich glaube dass es weil ich mir so aktiv repariert die ganze zeit ich verstehe das nicht mal hast du dauerhaft holzboden und dann plötzlich fehlt die eisen aber dafür kein holz mehr und 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 das ist ganz merkwürdig ist das eine ganz merkwürdige geschichte ein fall für wir benötigen mehr seetank ich habe ein bisschen was gesammelt ich schmelze es gerade ein aber ich habe auch ein bisschen was gesammelt ja ich sehe es alles super guck 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 samwork kost es Ähm, die Kartoffeln sind auch noch rum. Die sind auch noch rum. Stein! Wo haben wir Steine? Steine auf Stein. Ehrlich, wo haben wir Steine? Haben wir irgendwo Steine? Federn, Stein? Ach, da unten. So! Ich wollte ja... Ach, die Munition können wir ja nicht machen, ne? Die Munition. Haiköder. Ich wüsste nie, für was man das braucht, ne? Keine Ahnung. Den kann man halt... Stimmt, Haiköder wollte ich mal bauen. Stimmt. Er greift ja nicht immer die ganze Zeit das Floß, glaube ich, an. Schauen wir mal kurz, haben wir denn die benötigten Fische dafür? Irgendwas wollte ich noch machen. Wo ist das denn? Ich finde das gerade nicht. Ähm, Haiköder. Ach, da. Rohe Hering. Und rohe Seeprasse. Oh Gott. Hast du mir eigentlich so ne Sauerstoffflasche gemacht? Ne, ne? Ne, ich muss... Dafür muss ich das ganze Zeug einschmelzen. Die Seetank... Das dauert bisschen. Aber machst du, oder? Mhm. Laterne... 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 Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Alles, alles im grünen Bereich. Also ich hätte das Ding für dich. Was? Hast du für mich? Hier. Oh. Danke dir. Yeah. Ein Tisch. Wow, ein Tisch für... Ja. Für was. Keine Ahnung. Ich wollte einfach mal wieder was Schönes bauen. Lass mich doch einmal wieder was Schönes bauen. Nein! Ehrlich. Wir müssen Survivalen. So, ja, ich tue jetzt mal das ganze Zeug erstmal. Dieser Hai greift wieder an. Ja, ich kann grad nicht. Blöder Hai. Blöder Hai. Ich bin zu doof. Und ich muss auch sagen, diese... regelmäßig diese Palmen abernten, bringt auch richtig viel Holz irgendwie auf Dauer. Vor allem wenn wir nix baut und so. Ja, das stimmt. Das stimmt in der Tat. Oh, diese vier Palmen, das ist echt ne richtig geile Holzqu... Blanken Palmen. Richtig nice. Richtig. Was? Drei? Oh mein Gott. Okay, warum ist es doch so? Drei. 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 so schauen wir kurz hat es mit dem sprengler wieder funktioniert wir werden angegriffen von dem höhe nicht schlecht behalt jedoch deine blöden federn die will ich nicht echt schlimm so was das ganze fleisch jetzt gebraten was macht hier ein paddel drin ein paddel ah ja mein paddel scheiße nein mein paddel achso der grint ist woanders hin grümskram in welche kiste möchtest du denn die ziegel habe kannst du mir eigentlich direkt geben die ziegel war die lasse bringe ich wollte mir was sagst du zu unserem tisch unten was unsere schönen ecke wo man kann sich hinsetzen romantisch bei kerzen scheinen kommt ja ich hau raus findest du nicht krimskram das extra eine krimskram sehr gut sehr gut oh du hast extra metallangeln nein dann kann ich ja gleich mal ein bisschen angeln gehen und leider ist die schon fast hinüber wir werden wieder angegriffen dortig was perfekt warum habe ich jetzt wieder durch da habe ich echt keinen bock drauf so durch 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 das unten also es ist meine sauerstoffflasche auch wieder fast man ist ja nur noch am kraften dann ist das scheiß flach ja ich bin doch gerade dabei chill mal dein leben schnell geht mir alles zu langsam ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme so dass ihr zeit aber trotzdem die zeit würde sagen hört auf lasst es sein tut es nicht macht nicht weiter langsam aber sicher kommen wir näher zur nächsten story so oh yeah ich brauche nägel also dass wir jetzt so lange gebraucht haben um das ganze high vielleicht einmal zu hart auch gar nicht gleich das was ich den ersten glaube ich so näher glück sagt jetzt haben wir echt die vögel recht regelmäßig knallen dann den high dann haben wir auch gute möglichen die wir immer knallen aber was ich cool finde ist dass der seetank schneller eingeschmolzen ist als eisen und sowas das ist ja schon bist du naja gut ich möchte es nicht realistisch an grad sagen sagt bitte nicht realistisch bei dem spiel ja ok ja das war das thema acht kunststoff ah ne das zu nehmen du 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 zum leben du 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 vielleicht es nicht lexen ach v da ne da 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 hallo ja ich wollte hier am boden auf dich ich liebe es auf dem boden wer fühlt da nicht nach entnimmt wasser und füllt nicht nach so er nennt man es stimmt doch gar nicht lügt mich nicht an tue ich nicht ich bin ehrlich zu dir spaß seetang seetang ich brauche ein fertiges eingeschmolzenes so ich bringe noch den rest weg und dann ach du scheiß wenn ich hier wieder sehe zum einordnen aber mit vier schmelzen geht es heute glaube ich gut weg da noch zwei grills aufpassen was macht das ging daher falsch eingeordnet was denn jetzt bin ich runtergefallen geschieht dir warum sagst du sowas die ernte eine holen bevor du da rumspritzt hättest erwarten können bis ich alles hier ein er hat das ist ein bisschen doof aber er spritzt da noch mal also ja schon aber es wäre halt effektiv aber das funktioniert gut das hält auch relativ lang ja ist echt praktisch müssen also ich finde ich finde es muss jetzt ehrlich sagen für mich geil ja finden die mann fritöse ihr lafts also ich bin zufrieden wie es laft gerade vielleicht sogar in der nächsten folge die große ja doch ich glaube das sollte man jetzt aber ist eigentlich auch scheiße war eigentlich hätte ich jetzt echt gern mal so eine normale große ist wenn ich schlecht noch ja ich hoffe mal dass das dann dort auch weil wir bräuchten ich munition ach so weil wir können nichts fangen wir können eigentlich nichts machen also auf der insel gibt es vielleicht dann auch diese wo ich glaube ich sehe es ja schon oder ja ich ja doch ja das ist ein cliffhanger okay dann vielen dank fürs zugucken danke fürs zuschauen und sieht man sich in der nächsten folge wir sehen uns gleich auf diese insel da hinten tschüssi tschüssi